Guten Morgen, wir sind jetzt schon bereit, umgezogen, wir fahren jetzt zur Arbeit, bin todesmüde. Ich kriege die Augen so gerade eben auf, aber ja, wir müssen jetzt erstmal lange arbeiten und dann genießen wir das schöne Wetter. Morgen, Morgen, hallo. So, ich bin zu Hause, Feierabend, ich lege mich jetzt auf meine Couch, gucke. Eine Folge meiner Serie, um ein bisschen zu entspannen nach der Arbeit, trinkt dabei wahrscheinlich eine ganze gleiche Eistee, weil ich habe den ganzen Tag echt wenig getrunken und dann knappe ich noch ein paar Salzstangen und dann gibt es ja schon ein warmes, leckeres Mittagessen. Ja, wir essen Mittag immer ziemlich spät, wir essen Mittag immer so gegen 4 Uhr ungefähr. So, und jetzt gehen wir ganz schnell fix duschen wieder. Die mit Abstand schönste Frisur geht am heutigen Tage an mich. So, wir bewegen uns jetzt ganz chillig durch unseren Garten. Ab in unsere Wunderwunderwunderwubsche Hängematte, einmal ausschütteln, damit die ganzen Äste daraus sind und dann wird relaxt. So kann man Feierabend doch genießen, oder? Komm auch relaxen, komm her, komm relaxen hier neben mich, komm. Der relaxt jetzt auch, oh. Wir gehen jetzt meinen Suppenhuhn begrüßen. Das da ist mein Suppenhuhn. Das da ist mein Suppenhuhn. Komm her. Das ist mein Suppenhuhn. Das mag mich. Magst du mich auch? Okay Leute, es hat geklappt. Es sitzt auf meinem Arm. Jetzt lassen wir es mal langsam runter. Nehmt euch die Wiese. Nehmt euch die Wiese. Da, nehmt sie euch. Gönnt sie euch. Die schönste Wiese der Wiesen. Bitteschön. Oh, geile Wiese. Oh, da ist der eifersüchtiger Hund. Bist du eifersüchtig? So, ich habe mir gedacht, dass ich mir heute einen ganz, ganz, ganz entspannt mache. Bedeutet, ich mache jetzt mal eine Shisha wieder frisch. Setze mich da hin. Genieße ein bisschen Shisha und schaue mal eine Serie. Ansonsten mache ich heute nichts mehr. Der Tag war lang. Er war anstrengend. Und mir fällt gerade ein, ich muss noch was machen. Ich muss noch Bewerbung machen. Fuck. Aber, das machen wir mit Shisha. Deswegen sauber machen und los geht's. So, ich habe die Bewerbung jetzt abgeschickt. Und damit sind wir auch fertig. Ich habe jetzt schöne Musik an. Das Stream ist gerade mit dem Anfängen. Die Shisha ist bereit. Wir machen heute eine Bingo. Oh, was das dann? Schöne Frau. Ja, wir machen heute eine Bingo-Nacht. Das Stream ist gerade am angehen. Die Leute kommen jetzt gleich rein. Und, äh, ja, wir spielen heute Bingo. Kommt auf Twitch gerne mal vorbei. Nigo-Offizial seid bei allen Streams dabei. Ich spiele fast jeden Tag. Ja, Bingo-Night is the best night of the day. Of the week, meine ich. Of the week. Das Stream ist jetzt beendet. Ich gehe jetzt runter und mache mir... Warum ist die Tür auf? Und mache mir nochmal ordentlich Essen warm. Und noch ein bisschen, damit ich satt werde. So, ohne das wäre ich nicht satt geworden. Einfach und lecker. So, ich wünsche euch allen jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Ich werde mich jetzt in dieses Bett legen und dann schlafen. Danke fürs Zuschauen. Like, lassen, aber lassen. Morgen 20 Uhr. Nächster Vlog seid dabei.